Hallöchen Freunde und ein herzliches Willkommen zu Bade-Stunde Teil 3. Ich weiß gar nicht wo wir hier... Lass mich weg. Lass mich weg, lass mich weg, lass mich weg, lass mich weg Nein, hallo Ja, warte Hund, warte Warte, geht gleich wieder, geht gleich wieder, geht wieder Gut Alter Gehts Geht 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 Schnauze-Kappler-Mierde. Was sind wir denn hier, verdammt? Was habe ich da aufgenommen? Was war denn das? Kleidung? Hilfsmittel? Diverses? Nee, Gott. Wie der Buttercup? Was war das eben gewesen? Was? Spieße aus. Ah! Was? Süß. Ach, Entschuldigung. Und? Und? Okay, mal ganz was Geiles hier. Hi, Entschuldigung. Ja! Na ja. Äh. Und? Ja. 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 Ich glaube auch ja. 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 Okay. aber das lehmer wohnen jetzt geht nichts mehr das ist ganz klar mach jede cool geil du hast eine ausgabe von Tabu Tattoos gefunden du hast eine neue Geschichts was Geschichtstätowierung freigeschaltet okay äh, Geschichts ja klar, Geschicht so, Geschichte, Gesichtstätowierung freigeschaltet, nice na und willst du auch eine Geschichtstätowierung so, hier haben wir alles abgesucht oh, siehst du cool so schauen ist hier hier ist nix hier hier ging es hoch hier ging es hoch um ah ist ja, muss er sein halt 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 was 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 lauze hier Oh, was da? Kann man die Unter? Nein. Alter Schwede! Ich höre etwas laut atmen. Da halte ich nichts. Sollen wir hier sein? Ja, sollen wir. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das nicht verabschiede bin. geschafft überhin etwas er hat es nicht geschafft und aus aus warte da nein komm schon geht dorthin position halten und los ich werde auch ganz kurz hilfsmittel 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 und zwar ein bisschen und wo haben wir weg haben wir eine neue waffe eigentlich eine bessere waffe das ist gut dann würde ich sagen wir haben wir noch 99 schuss schaden 14 18 haben wir 13 14 14 leuchtvisier mit bayonett prezession 69 halleluja geht das doch irgendwie ein bisschen kleiner das ist ja ein bisschen schwer zu klein ihr könnt ihr mal versuchen speichern wo speichern wo speichern blubber zucker und der anderen seite festgekettet das war wohl nix da kam wir ja hier war nix ach so da war noch was da war noch was so nix ein spielzeug nein das war nicht ein spielzeug nein das war nicht okay das war da Wieso kamen wir auf dem einen Ding da nicht hin? Wieso kamen wir da eben nicht hin? Aber den Sound kam ja nicht. Aber ich bin jetzt mal gespannt, wo wir da rauskommen. Zumindest eine ruhige Musik. Es ist nebendran. Okay. Ah, Tobi sieht es einer? Kommt geschlossen. Dann ist es schwer. Halt! Die Dose will ich mit haben. Die Dose. im ernst ja ich würde die ganze kind erstmal ein hilfsmittel meine kleidung urzeug lederkombi harnisch da so mein schrott hoffentlich kannst du austral und kann nicht mehr tragen etwas kleines noch stopp dich schon voll noch und na gut jetzt bist du fertig wir gucken erst mal runter oder so schlossen schilder krill er weiß den so, da bin ich mit und, geh weg oh oh das ist das ist das ist das ist es ist das ist Warum reint er eigentlich so? Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Oh, das sieht vielversprechend aus. Oh. Okay. Das Schloss sieht schlappier aus. Ach so, ja, ja, ist ja gut. Alter. Im Ernst? So eine Bladwand liegt hier. Oh. Entschuldigung, Entschuldigung. Oh. Jetzt läuft der Hund auch noch aus dem. Na ja, was war denn? Oh. Der Tripper. So, bloß hier hat der Typ gewohnt hier mit einem. Ähm. Mach's noch mal Kleid. Steht bestimmt gut. Gut. Auch gut gemacht. Tafmesser hier unten, ey. Ist ja übel. Und... Nix mehr. Gut, dann war das hier... Was war das? Was war das? Hallo? Was hast du denn? Kannst ich baden? Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Ach so, Schloss. Okay. Ich suche hier auch noch was. Hm. Dann müssen wir auf jeden Fall später nochmal nachschauen hier in... Wo sind wir jetzt? Konkur... 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 Ist das? Wo wir jetzt grad sind. Muss ich auf jeden Fall nochmal rein spielen. Moment bitte. Ist doch gar nicht groß. Oh... Ich komme mit. Krass, da war das Häuschen auch fertig. Nice Ich tue irgendwo was so rum Nix Wunderbar wie er springt Nochmal Wir gehen hier raus Hm, so weit gibt's du nix hier Na und Hier irgendwas Umliegendes Nö So, da ist die Kirche Ähm, äh, äh Das sind Zuhäuser Das war auch immer so Aus Ah, wir haben auch schon Cool Achso, ja, hab ich da was Lass die Okay So Hier geht's direkt Zur Kirche Ähm Also, wie viel haben wir denn? Das muss nichts hier Ich lager mal meinen Schrott hier ein Äh, äh, ja, ne Wenn ich ein bisschen leichter bin Und ich nicht zu viel hochschleppen Also, was muss man Hinsetzen hier? Vorkriegsgeld So Dann ist weg Meine Munition Mein Inventar Meine Waffen Warte, hab ich was ich brauche hier Drei Maretten 21 Schaden 16 Weg damit Er macht mehr Schaden Er macht mehr Schaden Er macht mehr Schaden Da reicht eigentlich eins Das 13 Achso, 13 Das kam weg Ähm Reichweite 119 Eigentlich könnten die beiden erstmal weg Bin ich auch ein bisschen leichter Bin ich auch ein bisschen leichter Aber so Ich glaub nicht, dass es irgendwie verloren geht Oder sowas Splittergranaten Moletow Gewicht Das geht auch Einmal hier rein Davon wird eins mal da Weil das geht auch rein So Ähm Meine Kleidung Lässige Outfit Das geht weg Das ist aber gleich Weg Meine Hilfsmittel Da sind dann auch ziemlich Ziemlich schwer die Sachen Mein Da müssen wir mal gucken Verlassen So Hier Inne will einmal nicht das Zeug Ich Genau Gut Gehen wir mal gucken Da oben steht jemand Hey, hier oben Auf dem Balkon Hier drin ist eine Gruppe Siedler Die Raider sind schon fast durch die Tür Schnapp dir die Lasermuskete und Hilfe uns Bitte Warte ich guck ganz kurz Hast du noch mehr umgebracht Hier Und nie noch mehr So Hier riecht keiner mehr Nein Gut Geht gut so viel zu looten Oh Lass mir weg Lass mir weg Ich kann hier Ich kann hier Ich muss alles mitnehmen Weghund Mal zu meiner Sachen Du kriegst nur das was ich nicht mehr tragen kann Da liegt jemand Da drüben ist nix Boah Drängel dich doch durch Mensch Nein Steinchen So Und tschüss Na gut Komm ja rein So Ich glaub dann haben wir soweit Das städtchen durch Zumindest vor Ja Das erste mal jetzt Ähm Ja Dann gehen wir jetzt hier rein Aber In der nächsten Folge Freunde Wir haben wieder die halbe Stunde erreicht Ähm Ja ich könnte eine Stunde machen oder sowas aber Ich versuche hier auf jeden Fall mal zu beeilen Und Achso gut Ich wollte mal ganz kurz gucken Wir haben dann eine neue Waffe bekommen Ne Waffe Ähm Also unser Feuer hat 18 Improautomatik Pistole hat 10 13 TG mehr Kehr 30 Nice Also die sagen kann es wegschmeißen Das ist ja Philipp hatte Ja Ähm Laser Moskete 30 Nice Und warum nicht Zwei Mal Zwei Lade Nice Okay So Freunde Dann machen wir hier Feierabend Und ich sage bis zum nächsten Mal Bis dahin Auf Wiedersehen Euer Black Moon Ciao Ja Vielen Dank.